für für die bibel lehre meistens nimmt man die leute kommen und nehmen auch notizen schreiben und so weiter weil was man da lernt das soll unter so nicht nur aufbauen aber man kann auch immer wieder einfach zurückgreifen und das verwenden halleluja also deswegen ist es wichtig auch einen kleinen buch oder keine ahnung was man also heutzutage können die leute das also anders machen da braucht man da braucht man auch so was wie muss man also notizen nehmen amen gut wer fehlt da ist jemand rausgegangen anscheinend oder mal seid ihr alle da ja oder okay amen und ich spüre einfach wie joshua uns sagt also dass wir aufstehen dass wir wirklich also wachsen dass wir mit dem herrn noch weiter gehen halleluja und wie wir können nicht mehr nicht immer so auf mich sein aber normalerweise fängt man also schon also mit mir an und dann wächst man halleluja aber wenn man also eine schlechte nahrung gekriegt hat muss man sogar von vorne an anfangen von ganz anfang von vorn an anfangen und dann die dinge tun halleluja ich habe überlegt sagte herr was sollen wir heute tun was welche lehre überhaupt wollen wir überhaupt heute nehmen was was willst du uns also heute sagen ist schwierig gewesen ich habe überlegt habe ich gebetet 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 und ich glaube wir können also mit dem mit dem heil anfangen halleluja was ist das heil halleluja was ist das heil was bedeutet das heil amen wer ist joshua maschia was will unser herr wofür ist joshua überhaupt gekommen warum müsste gekommen das ist wichtig dass man da auch anfängt halleluja weil viele leute wissen überhaupt nicht wieso warum joshua gekommen ist wieso ist joshua maschia überhaupt da wieso spricht man also von joshua weil viele von uns wissen wirklich nicht was es ist also diese verantwortung also ein christ zu sein halleluja viele von uns denken ja okay ich bin ein kind des herrn und dann tut man also was man will aber da steckt viel dahinter wieso wenn man das so richtig versteht wenn man also richtig begreift was das heil ist was joshua wer joshua ist dann geht man also mit ihm also ganz anders um halleluja also wir werden also erstmal mit nehmen wir mal also römer 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 3 her leite mich halleluja römer 3 vers 23 römer 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 23 vers 23 Denn alle, denn alle haben gesündigt und erreichen nicht die Herrlichkeit Elohims. Halleluja. So, alle, die Bibel sagt also ganz klar hier, dass alle gesündigt haben. Was versteht man überhaupt unter Sünde? Halleluja. Es ist wirklich toll, also in der Bibel von Joshua Maschia haben wir direkt dabei gesündigt, ein Kommentar. Und da steht bei gesündigt, das Wort Sünde stammt vom griechischen Verb amatano ab. Was heißt das Zeichen verfehlen? Den Weg der Rechtschaffenheit und der Ehre verfehlen oder vom Gesetz Elohims abweichen. Sünde ist die bewusste Verletzung des göttlichen Gesetzes und das Fehlen von Rechtschaffenheit. Halleluja. Habt ihr alle verstanden? Amen. Also das bedeutet, wenn die Bibel hier sagt, dass alle gesündigt haben. Wir haben alle gesündigt. Und erreichen nicht die Herrlichkeit Elohims. Wir sind alle verloren. Alle Menschen. Es gibt keinen einzigen Menschen. Alle Menschen sind verloren. Das heißt also von Geburt an, wenn wir auf diese Welt kommen, sind wir schon Sünder. Wir sind, wir haben schon also in unserer, wie heißt man, DNA, in unserer DNA haben wir schon die Sünde da drin. Die Sünde ist schon in uns verankert. Das heißt, Sünde für uns zu tun, ist ganz normal. Die Menschen in der Sünde zu leben, das ist ganz, ganz, ganz normal. Halleluja. Also Sünde bedeutet sein Ziel verfehlen. Das Ziel von allen Menschen wäre normalerweise, mit dem Herrn zu sein. Aber die Sünde in uns macht einfach, dass wir dieses Ziel nicht erreichen. Dass wir nicht diese göttliche, diese, was steht da noch, diese Herrlichkeit des Herrn also nicht erreichen können. Und alle Menschen haben gesündigt. Das ist der Unterschied, also mit allen, mit vielen Religionen. In vielen Religionen ist es so, ja, man muss A, B, C, D. Man muss A, B, C, D tun. Und wenn du das richtig tust, dann wirst du, dann, 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 aber, aber, aber Christentum sagt ganz klar, die Bibel sagt alle, egal ob du von einer christlichen Familie oder einer guten Familie oder schlechten, alle, wir sind alle verdammt. Alle Menschen. Halleluja. Und darum, darum braucht man, wenn die Leute verloren sind, dann braucht man also eine Rettung. Oder? Ist das so? Wenn die Menschen verloren sind. Und deswegen ist es wichtig, alle Menschen von dem Evangelium zu erzählen, weil das Evangelium die Lösung ist. Halleluja. Wenn wir nochmal diesen Vers lesen, da steht ganz klar, Vers 23, immer noch, denn alle haben gesündigt und erreichen nicht die Herrlichkeit Elohims. Vers 24, und werden kostenlos durch seine Gnade gerechtfertigt, durch die Erlösung, die in Joshua Maschia ist. Alleluja. Also, wenn, also ein Christ zu werden, Joshua Maschia anzunehmen, hat nicht mit einer bestimmten Kirche zu folgen. Die Leute, die zum Beispiel also Kinder taufen, das hat, es macht keinen Sinn. Es macht keinen Sinn. Dieses Kind weiß nicht mal, was es tut. Diese Leute, die, wie sagt man das also, die gehen in ein bestimmtes Gebäude und glauben, wenn sie also in dem Gebäude, werden sie gerettet oder sowas. Nein. Das passt nicht. Das stimmt überhaupt nicht. Lieber Geschwister, wenn wir zurückgehen, wenn wir jetzt schrittweise gehen, wir müssen unbedingt verstehen, was das bedeutet, die Erlösung. Was das, was bedeutet die Erlösung. Und ich glaube, bei Erlösung gibt es auch noch einen Kommentar. Halleluja. Darum möchte ich gerne, also dass wir, es ist wichtig, diese Bibel, die Bibel von Joshua Maschia, ist so eine tolle Bibel. Es ist, es hilft wirklich, also für Bibellehre und es, wie sagt man das, also es offenbart, wer wirklich der Retter ist. Halleluja. Für die, die die BIM gerade dabei haben, wenn man also auf den Begriff, da steht also, und werden kostenlos durch seine Gnade gerechtfertigt, durch die Erlösung. Wenn man also auf Erlösung geht, also gibt es also einen Kommentar, Erlösung ist die Befreiung durch die Zahlung eines Preises. Halleluja. Also Erlösung ist die Bezahlung. Erlösung ist die Bezahlung. Das heißt, jemand hat da so einen Preis bezahlt, damit wir gerettet werden, damit wir erlöst werden. Erlöst von was? Erlöst von der Sünde. Halleluja. Wenn ihr die Zeit habt, dann könnt ihr genau diese drei Begriffe, die drei griechischen Begriffe, ähm, Agoraso, ähm, äh, also Agoraso und, äh, und, und was noch, äh, was gibt da noch? Agoraso, Exagoraso und dann Lutro. Genau. Die drei Begriffe mit Bibelfersen, alles. Das ist da drin. Deswegen finde ich also gut, wenn man also solche Bibellehre macht, dass man auch irgendwie schreibt, Notizen schreibt, zum Beispiel die Bibelfersen. Wenn du das schreibst, dann kannst du zurück, wenn du allein bist, kannst du wieder gehen und dann in der BIM, in der Bibel von Joshua Maschia, du, dann gehst du auf diese Kommentare und dann kannst du das richtig vertiefen. Halleluja. Habt ihr gesehen? Also wir sind nur in, also in Römer Kapitel 3, Vers 23 und 24, nur diese zwei Verse, haben wir schon so viel gelernt. Wir haben schon, wir haben gerade gelernt, also wir haben die Definition, also von der Sünde bekommen. Halleluja. Also das ist, ähm, es ist so toll, Bibellehre, also diese Bibel in der Hand zu haben, liebe Geschwister, ich mache jetzt also Werbung für die BIM. Diese Bibel in der Hand zu haben ist, deswegen werden wir, es ist gut, also wir müssen evangelisieren, und wir müssen die Leute davon erzählen, wir müssen die Leute wirklich davon erzählen, was der Herr mit uns vorhat. Halleluja. Und dass diese Bibel da ist. Halleluja. So. Also, hier steht also, dass wir, die Sünde, die Sünde tut, also nimmt uns also weg von der Erlösung. Also, die Sünde, die Sünde bedeutet, das Ziel für Fehlen. Ziel ist die Herrlichkeit. Ziel ist also, mit dem Herrn zu sein. Und wir erreichen nicht dieses Ziel, weil wir, also wegen der Sünde. Und diese Sünde ist also mit, in deinem Blut, in unserem Blut drin. Es ist in uns. Halleluja. Es ist in uns. Aber Joshua, Maschia, die Bibel sagt, dass Joshua hat uns erlöst durch seine Gnade. Er hat uns auch noch gerechtfertigt. Das ist auch noch ein Begriff, diese gerechtfertigt zu sein, ist wieder auch ein Begriff, das werden wir mit der Zeit auch nochmal vertiefen. Halleluja. Aber bleiben wir also bei dieser Erlösung erstmal. Dass er uns erlöst hat. Er hat einen Preis bezahlt. Darum sagt die Bibel, dass er ein Kreuz für uns gestorben ist. Das ist also ein Preis. Halleluja. Aber bevor man also auf diese Erlösung kommt, gehen wir mal also mal zurück. Weil viele Leute, viele von uns, also wenn wir den Namen Joshua sagen, wir sagen Joshua, es wird immer, ja, ja, wieso dieser Name Joshua, wieso dieser Name, wieso dieser Name Joshua. Was bedeutet überhaupt der Name Joshua? Halleluja. Nehmen wir mal, Halleluja, nehmen wir mal Jesaja, Jesaja Kapitel 26. Also, wir verstehen schon, also wenn die Bibel sagt, dass alle gesündigt haben, alle haben gesündigt und erlangen nicht an die Helligkeit des Herrn. Halleluja. Alle wegen der Sünde schaffen wir das nicht. Das bedeutet, wir brauchen einen Erlöser. Wir brauchen also die Erlösung und die Bibel sagt ganz klar, dass Joshua der Erlöser ist. Halleluja. Amen. Also, also, in Jesaja Kapitel 26. Lieber Geschwister, ihr müsst also schon verstehen, dass der Herr schon ganz am Anfang, schon lange, hatte von Joshua gesprochen. In Jesaja, da steht also Vers 1, an jenem Tag wird dieses Lied auf dem Land Jehudas gesungen werden. Wir haben eine starke Stadt, heil wird er zur Mauer und zum Bollwerk setzen. Gehen wir mal also auf 2. Mose. Darum ist es also wichtig, die Bibelferse zu schreiben. Halleluja. 2. Mose, Kapitel 15. Amen. 2. Mose, Kapitel 15. 2. Mose, Kapitel 15, Vers 2. Meine Stärke und meine Musik ist ja. Und er ist mir zum Heil geworden. Dieser ist mein Erl und ich will ihn verherrlichen. meines Vaters Elohim und ich will ihn erhöhen. Halleluja. Liebe Geschwister, das ist schon also in in 2. Mose, das ist Mose, Mose, der gerade gesprochen hatte, Moschee. Da steht also ganz am Anfang Vers 1, damals sangen Moschee und die Söhne Israel dieses Lied, dem Jahwe und sprachen und sagten, singen will ich will ich Jahwe, denn er erhoben er hat sich erhoben. Das Pferd und sein Reiter hat er ins Meer gestürzt. Mose, es geht um Mose, Mose sagt, dass Jahwe sein Heil ist. Halleluja. Mose sagt, dass Jahwe sein Heil ist. Dieser Begriff Heil, wenn man das also auf Hebräisch mal schaut, ich gucke mal, ich glaube also die Bibellehre werden wir auch mit, jetzt verstehe ich warum, die Brüder, wenn sie das so machen, wenn sie Bibellehre machen, haben sie so ein Bima und zeigen, dass weil mit dem Bima kann man genau die Begriffe zeigen, also was die Begriffe bedeuten. Halleluja. So, ich will also auf den, diesen Begriff Heil, Heil gehen, also Vers 2, der sagt, meine Stärke und meine Musik ist Ja und er ist mir zu Heil geworden. Wenn ich auf Begriff Heil gehe, liebe Geschwister, Begriff Heil, Offenbrich, wisst ihr, was das bedeutet? Wer weiß, was das bedeutet, dieser Begriff Heil Offenbrich? Halleluja. Es ist hier, dieser Begriff Heil Offenbrich bedeutet Jeschua. Könnt ihr euch vorstellen, wenn Moses, als Moses dieses Lied gesungen hatte und Moses sagte, meine Stärke und meine Musik ist Ja, Yahweh. Und dann sagte er, und Yahweh ist mir zum Heil geworden. Das heißt, man hätte einfach gesagt, Yahweh ist mir zum Joshua geworden. Zu Jeschua geworden. Halleluja. Das heißt also, im alten Bund der Moses, Mosche, hatte gesagt, dass Yahweh sein Joshua ist. Können wir uns das so vorstellen? Schon lange hatte man von Joshua gesprochen. Joshua und dieser Begriff bedeutet Rettung, also auf Englisch Salvation, Deliverance. Was bedeutet Deliverance? Wie? Befreiung, genau. Joshua ist der Befreier. Salvation, da steht das auf Englisch Deliverance, Prosperity, Welfare, Salvation, Victory. Das ist Wahnsinn. Wer, wenn Moses schon damals sagte, dass Yahweh, Yahweh, der allmächtige Elohim, Yahweh sein Jeshua ist. Das ist so wunderbar. Moshe war schon knapp 2000 Jahren davor. Ja, 2000 Jahre davor, also das ist viele Jahre, wir können das mal überprüfen, wie viele Jahre davor hatte das also irgendwie prophezeit. Lieber Geschwister, der sagt also, dass Yahweh also einfach Moshe ist. Also Moshe sagt also, dass Yahweh Jeshua ist. Halleluja. Schon lange wurde das irgendwie prophezeit. Halleluja. und deswegen also der Jesaja hatte das auch gesagt, also die Prophezeiung über Joshua, dass er sein Volk retten will. Können wir mal das überprüfen, also als die Prophezeiung als Maria den Namen bekommen hatte. Wo ist das noch? Schauen wir mal das zusammen. Das ist also Gebot von Joshua. Kennt ihr euch erinnern? Als Maria den Namen von Joshua gekriegt hat. Wisst ihr, wo das ist? Als der Engel erschienen ist? Als der Engel Gabriel erschienen ist. Er hat den Namen gegeben. Das ist also in Lukas, genau. Lukas Kapitel 1. Lukas Kapitel 1, ganz am Anfang. So sind wir alle zusammen. Also genau, der Engel Gabriel verkündet die Geburt von Joshua. Lukas Kapitel 1, Ab Vers 26. Halleluja. So. Ab Vers 26. Das steht also, im sechsten Monat aber wurde der Engel Gabriel von Elohim in eine Stadt Galiläas namens Nazareth gesandt, zu einer Jungfrau, die mit einem Mann namens Josef verlobt war, der aus dem Haus Davids war und der Name der Jungfrau war Miriam, also Maria. Und der Engel kam zu ihr hinein und sprach, freu dich, die du annehmbar gemacht worden bist, der Herr ist mit dir, du bist unter den Frauen gesegnet. Und als sie ihn sah, war sie sehr aufgeregt über sein Wort und überlegte, welche Art von Groß dies sei. Und der Engel sprach zu ihr, fürchte dich nicht, Miriam, denn du hast Gnade bei Elohim gefunden. Und siehe, du wirst in deinem Bauch empfangen und einen Sohn zur Welt bringen und du sollst seinen Namen Joshua nennen. Halleluja! Und da steht, dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden und der Herr Elohim wird ihm den Thron Davids seines Vaters geben. Vers 33 und er wird auf ewig über das Haus Jakobs regieren und sein Reich wird kein Ende haben. Halleluja! Also da hatte ich ja so den Namen von Joshua bekommen und da steht also du sollst ihm den Namen Joshua geben und Joshua bedeutet einfach Retter Erlöser Jahwe mein Retter Jahwe mein Erlöser Halleluja! Das ist es liebe Geschwister Das heißt der Joshua wenn Moschee schon sowas gesagt hatte er nimmt Joshua als sein Retter und es gibt so viele Bibelferse wo man sieht dass Joshua schon längst so also die Prophezeiung war schon längst gegeben schon lange deswegen sind wir wir sind nicht also gegen dass die Leute ihn Jesus nennen weil Jesus das ist die Übersetzung auf Französisch oder auf Deutsch oder auf Englisch Jesus Jesus versteht ihr aber wenn man zurück auf Joshua geht dann behält man wirklich also die Bedeutung die Bedeutung dieser Namen Halleluja in in warte mal ich suche mal so ein Vers und die Bibel sagt also dass er deswegen ist es auch zu verstehen dass er der Vater ist wenn man wenn Moschee sagt dass Yahweh mein Retter mein Joshua wird das sagt ganz klar deswegen sagt Joshua Mashiach wer mich gesehen hat hat der Vater gesehen versteht ihr liebe Geschwister wer mich gesehen hat hat der Vater gesehen weil ich und der Vater sind eins er ist der Vater und so müssen wir einfach schrittweise gehen um das zu verstehen Halleluja und es wurde auch noch prophezeit ich will ich will erstmal in der Prophezeiung bleiben nehmen nehmen wir erste erste chronica erste chronica ich suche mal diese bibelfers Halleluja erste chronica das ist also vers kapitel 16 vers 23 Kapitel 16 vers 23 Halleluja singt Yahweh ganz ganz Erde verkündet von Tag zu Tag sein Heil Halleluja und dieser Begriff Heil ist wieder Jeschua Halleluja und die Bibel sagt hier dass wir Jeschua verkünden Tag zu Tag müssen Halleluja wir singen erstmal also da steht also singt Yahweh ich möchte dass wir erstmal in der Prophezeiung erstmal verstehen warum wir heutzutage bestimmte Dinge tun wenn Jeschua sagt geht in alle Nationen und verkündet das evangelium es ist einfach weil es schon von Anfang an gesagt wurde schon lange das Heil die Rettung Jeschua muss man einfach Tag zu Tag verkünden lieber Geschwister das heißt wenn du Jeschua bekommen hast wenn du die Rettung bekommen hast kannst du das nicht für dich behalten es ist vorgesehen das Heil zu verkündigen liebe Geschwister verstehen wir das Amen es ist vorgesehen es wurde schon längst geschrieben schon längst gesagt dass Jeschua diese Rettung diese Heiler diese Retter muss verkündigt werden man man muss von Jeschua einfach erzählen liebe Geschwister Halleluja das Heil Jeschua ist das Heil man soll von Jeschua erzählen wenn du Jeschua hast dann musst du Jeschua verkündigen Halleluja immer wieder in vielen Bibelfersen steht also was wer Jeschua ist er ist also unser wie sagt man nochmal er ist unsere Mauer er ist unser was steht da noch ich suche diesen Begriff ja genau er ist unser Fels Halleluja es gibt Verse er ist unser Fels er ist unser also in Epheser Kapitel 6 spricht man also von von diese lesen wir mal Epheser Kapitel 6 Vers 7 äh Vers 7 äh Epheser Kapitel 6 ah da gibt es noch dort das Heil was ist das Heil dort in Epheser Kapitel 6 äh ich gehe mal schnell Epheser Kapitel 6 ah ich habe bloß den Begriff vergessen genau da steht also nimm auch den Helm genau Helm habe ich gesucht nimm auch den Helm des Heil Halleluja den Helm des Heil Halleluja und und schon da steht da so ein Kommentar siehe ähm Jesaja Kapitel 59 Vers 17 genau das ist also was was Paulus gesagt hatte das sind Dinge die schon auch in die Tora in der Tora waren Halleluja das steht also in Jesaja Kapitel Jesaja Kapitel 59 Vers 17 wäre ich schon da Jesaja ich suche das Jesaja Kapitel 59 Vers 17 Amen Halleluja 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 Vers 17 bin schon da seid ihr da seid ihr noch da ich hoffe Halleluja ja bitte ja Halleluja schon lange wurde sowas sowas erzählt also schon gesagt ich lese mal also ab Vers 16 und er sah dass kein Mann da war und er staunte dass kein Vermittler vorhanden da half ihm sein Arm und seine Gerechtigkeit sie unterstützte ihn und er zog Gerechtigkeit an wie einen Panzer und setzte den Helm des Hals auf sein Haupt und er zog Rache Gewände an als Kleidung und hüllte sich in Eifer wie in einem Mantel Halleluja so liebe Geschwister wenn Paulus also in Epheser Kapitel 6 von von dieser Panzer spricht also von Gerechtigkeit von von dieser wie nennt man das normal also diese die Waffenrüstung Halleluja Danke wenn er also von der Waffenrüstung spricht es ist diese Waffenrüstung hat er schon also in Jesaja auch gesehen und wenn man Jesaja Jesaja Kapitel 59 liest man spricht also steht also dass Yahweh Yahweh sucht einen Mann er sucht also Menschen wer könnte die Menschen überhaupt erlösen wer und die Bibel sagt also dass er selber seinen Arm zu Hilfe zu Hilfe nimmt und seine Gerechtigkeit sie unterstützte ihn Halleluja das heißt also er selber er selber ist Jeshua geworden er selber ist der Retter deswegen kann man Yahweh von Joshua nicht trennen liebe Geschwister Halleluja das geht einfach nicht man kann nicht Yahweh von 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 Joshua trennen das geht einfach nicht liebe Geschwister Halleluja und wenn man das also nicht verstehen kann wenn man das nicht versteht dann ist es so schwer richtig schwer also Joshua zu folgen Halleluja richtig schwer zu verstehen auch dass Joshua der Retter ist Halleluja und jetzt kommen wir also zu dem Punkt wir haben also im alten Bund gesehen dass Joshua schon verkündigt wurde wir haben schon gesehen dass im alten Bund wurde schon gesagt dass Jeschua das Heil ist Jeschua der Retter ist Jeschua der Erlöser ist überall in in Bibel schon von Bereshit also von 1. Mose bis Joshua gekommen ist darum sagte Joshua dass Abraham seinen Tag gesehen hatte dass Moschee von ihm erzählt hatte dass alle diese Propheten von ihm erzählt hatten weil alle hatten verkündigt dass das Heil kommen wird liebe Geschwister Halleluja das Heil sollte kommen der Retter sollte kommen der einzige der die Lösung für die Sünde hat ist der Herr selber die Bibel sagt dass kein Mensch auf dieser Erde könnte uns so helfen weil alle Menschen gesündigt haben liebe Geschwister alle es gibt kein Mensch alle haben in der DNA die Sünde alle haben die Sünde in ihrem Blut wir sind alle infiziert sagt man alle Menschen sind infiziert und da könnte nur Jahwe selber Jahwe der Retter Jahwe allein der Schöpfer der Erlöser nur er könnte das tun nur er allein Halleluja Oh Joshua sei gelobt Halleluja Herr ich preise deinen Namen Halleluja und darum muss man in diese persönliche Beziehung mit dem Herrn gehen man wird nicht gerettet weil man aus einer bestimmten Familie kommt man wird nicht gerettet weil der Vater oder die Mutter betet oder weil man in ein bestimmtes Land ist oder sowas nein die Rettung diese Rettung kommt allein von Joshua Mashiach Halleluja und ich wollte also dass wir erstmal verstehen wo das herkommt alle Menschen sind verloren alle Menschen brauchen die Rettung alle und die Bibel sagt also im alten Bund wurde gesagt dass Yahweh Joshua ist das Heil Joshua bedeutet Heil Rettung Yahweh ist der Retter und wir brauchen diese Retter wir alle brauchen diese Retter alle Menschen und die Bibel sagt auch dass wir noch diese Retter verkündigen wir müssen von den Retter erzählen wir müssen erzählen weil alle Menschen müssen davon hören wenn die Menschen nicht davon hören dann werden sie wissen sie nicht also wohin sie gehen sollen also darum ist es wichtig nur von Joshua zu erzählen das heißt wenn ihr seht dass die Leute von ihrer Gemeinde erzählen oder von ihrer bestimmten Gruppe oder ihre christliche Richtung oder Glaube oder was nicht also ich sage immer Denomination aber Nicole sagt was ist der andere Begriff als nicht Denomination sondern was ist das noch Glaubensrichtung Dankeschön oder ihre Glaubensrichtung Joshua allein muss er allein müssen wir müssen nur von Joshua erzählen wenn wir was anderes erzählen wenn wir wenn du zum Beispiel jemand trifft und sagt ja ich habe so viel Geld gekriegt ich habe das bekommen ich habe geheiratet ich habe so und so es ist toll aber das rettet niemand das das erlöst niemand von der Sünde nur der Name Joshua Maschia ist die Lösung Halleluja ist es klar liebe Geschwister nur der Name von Joshua Maschia Halleluja in Apostelgeschichte Kapitel 4 deswegen steht das da drin in Apostelgeschichte Kapitel 4 Apostelgeschichte Kapitel 4 Halleluja Kapitel 4 Kapitel 4 Vers ich suche mal ein Vers genau also lesen wir mal erst mal ab Vers 1 Vers 1 und 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 während sie zum Volk redeten kamen die Priester und die Strategos des Tempels und die Sadduzera auf sie zu die die verärgert waren dass sie das Volk lehrten und in Joshua die Auferstehung aus den Toten verkündeten und sie legten sie sie legten die Hände an sie und gaben sie ins Gefängnis bis zum Morgen denn es war schon Abend und viele die das Wort gehört hatten glaubten und die Zahl der Männer kam auf etwa 5000 Halleluja die Sadduzeer die Leute waren geärgert dass sie die Leute in dem Namen von Joshua gelehrt hatten weil sie von Joshua erzählt hatten da waren sie fanden sie das also nicht in Ordnung Vers 5 und es geschah am nächsten Tag dass ihre obersten und ältesten und Schriftgelehrten sich versammelten in Jerusalem und Schachaniah der hohe Priester und Kaifas und Johannan und Alexandros und alle die von hohe priesterlichen Rasse waren und nachdem sie sie in die Mitte gestellt hatten fragten sie in welcher Kraft oder in welchen Namen habt ihr dies getan da sprach Petrus erfüllt mit Heiliger Geist zu ihnen oberste des Volkes und älteste von Israel wenn wir heute über die gute Tat an einem kranken Menschen verhört und gefragt werden wodurch diese geheilt worden ist sei euch allen und dem ganzen Volk Israel bekannt dass im Namen Joshua Maschias des Nazareas den ihr gekreuzigt habt den Elohim auch verweckt hat aus den Toten dass diese durch ihn gesund vor euch steht Vers 11 dieser ist der Stein verachtet von euch den Bauleuten der zum Eckstein geworden ist das werden wir irgendwann mal auch noch lesen und das Heil liebe Geschwister da steht also Vers 12 und das Heil ist in keinem anderen denn auch kein andere Name ist unter dem Himmel der unter den Menschen gegeben ist in dem wir errettet werden sollen es gibt keinen anderen Namen liebe Geschwister kein anderer Name Amen er sagt ganz klar das Heil kommt nicht von irgendein anderen Name Jeschua ist das Heil Halleluja und deswegen hatten sie immer gesagt nein bitte nicht in dem Namen da die bestimmte Lehre geben nein bitte nicht in diesem Namen Dinge tun bitte nicht so bitte nicht so die hatten Angst vor diesem Namen der Name Joshua Maschia Halleluja es gibt keine andere also deswegen wenn wir sehen dass die Leute was anders verkünden verkündigen wenn sie etwas anderes sagen wenn wenn etwas also irgendeine bestimmte Glaubenrichtung Denomination eine Gruppe ein Verein immer nach vorne gestellt wird dann versteht ihr sofort das da hat nicht mit Joshua zu tun wir müssen der Erlöser nur der Erlöser Joshua Maschia erzählen kein Pastor wir dürfen nicht über Pastoren über Prediger über sowas evangelisieren die Leute evangelisieren erzählen weil diese Namen sogar der Name von William Boasa das bringt nichts dieser Name hilft niemand dein Name kann nichts tun es gibt keinen anderen es wurde schon längst sogar Moses sagte Yahweh ist mein Joshua und wenn Joshua nicht dein Heil ist bist du verloren eine Gemeinde wo Joshua nicht im Mittelpunkt ist ist verloren da wo man nicht von Joshua das Heil spricht werden die Leute nicht gerettet jemand der nicht Joshua hat ist nicht gerettet es ist nicht die Rettung fängt mit ihm an und endet mit ihm Halleluja und er ist der Herr er ist der Vater er ist Yahweh Halleluja sogar wenn die Leute kommen und sagen warum spricht er zum Vater warum betet er zum Vater warum sagt er ich bin der Sohn warum sagt er es gibt keinen anderen der der gut ist also nur der Vater der gut ist blablabla blablabla solange Joshua als Heil bekannt also angenommen wird dann erkennt man auch dass der Vater das Heil ist wenn der Vater das Heil ist der Sohn das Heil ist wenn der Sohn das Heil ist ist der Vater das Heil und der Sohn und der Vater sind eins Halleluja Joshua Maschia ist der Retter Amen also das heißt wenn du Joshua nicht hast wenn du nicht also in diese feste Beziehung mit Joshua gehst bist du nicht gerettet die Rettung allein ist mit ihm persönliche Beziehung und deswegen wenn wir rausgehen bitte nicht wenn du mit Leuten sprich versuch nicht über keine Ahnung Philosophie große Sachen zu erzählen bleibt in Joshua gib nur Joshua geben wir den Menschen Joshua sagen wir die Menschen dass Joshua allein unser Retter ist weil er unser Heil ist Halleluja das ist sehr wichtig liebe Geschwister weil wenn wir das nicht tun sind wir verloren versteht ihr und wer Joshua hat dieser Begriff Heil bedeutet bedeutet also Jeshua bedeutet Errettung bedeutet Befreiung wir sind auch befreit bedeutet auch Sicherheit bedeutet auch was noch ja genau sicher wer Joshua hat ist in Sicherheit wer Joshua hat braucht keine Angst zu haben wer Joshua hat braucht nicht mal Angst von verdammt nicht weil alle Menschen alle Menschen haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit des Herrn aber Joshua hat uns erlöst durch seine Gnade Halleluja es ist wichtig dass man erstmal diese Grundlage setzt ohne ihn kannst du nichts tun ohne ihn bist du verloren ohne Joshua ist dein Leben ohne diese Retter ist dein Leben wie sagt man das also nutzlos du kannst so viel Geld haben du kannst so viele Häuser so viele keine Ahnung haben egal was da auf diese du kannst so viele Sachen haben ohne Joshua Maschia ist das Leben sinnlos das ist wie zum Beispiel jemand der so viel gearbeitet hat und dann am Ende stirbt er und geht direkt in die Hölle die Leute wollen das nicht sagen aber ist so wenn du Joshua nicht hast bist du nicht gerettet das ist klar und das ist was man so irgendwie das ist was wir begreifen müssen dass Joshua allein der Retter ist willst du was in deinem Leben tun willst du etwas in deinem Leben erreichen willst du dass dein Leben einen Sinn hat dann komm zu Joshua willst du dass dein Leben willst du dass du gerettet wirst von der Sünde komm zu Joshua er allein kann das tun niemand kein Mensch kein anderer Mensch kann das tun im Namen Joshua Maschia Amen Amen Halleluja legen wir erstmal also diese Grundlage heute es gibt so viel so viel dazu erzählen und wir werden also nächstes mal wenn Joshua es will dass wir das noch vertiefen weil er so am Telefon ist auch nicht einfach Halleluja und ja ab die Fragen Halleluja habt die Fragen liebe Geschwister nicht Herr ich preise dein Name danke Joshua Maschia für den Moment danke für dein Wort danke Herr dass wir alle erfahren könnten dass du allein unser unser Heil bist unser Retter unsere Sicherheit unsere Versicherung Halleluja Halleluja danke Herr dass du so für uns bist du hast uns erschaffen damit wir für dich leben können Halleluja du gibst uns das Leben Joshua und du versöhnt uns auch mit dir selbst Halleluja danke Herr danke dass du am Kreuz für uns gegangen bist dass du Joshua Maschia diesen Preis bezahlt hat Joshua Halleluja und wir beten Herr dass du uns die Kraft gibst dich überall zu verkündigen Halleluja weil dein Wort sagt Tag und Nacht sollen wir Tag zu Tag sollen wir dich du das Heil verkündigen Halleluja danke Herr im Namen Joshua Maschia Amen Amen so ein paar Informationen also wir beenden also die Lehre heute es ist schon also knapp eine Stunde ich bin schon dabei Halleluja wir beenden also diese Lehre heute dass Jeschua das Heil ist Amen Amen Amen